07531 Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Verdammt! Komm schon, geh auf! Taki! Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand! Top 5 Klee Nmung Keir lang zum Treffen. Du bist noch eine andere Flamme. Ich bin nicht anstrengend, aber es ist ein Hinweis. Hier lang zum Treffen. Ihr müsst die Linke. Ich die rechte Flanke. Dich die Schwimmerkrankheit. Wie ich sehe, kannst du noch kämpfen. Gut, wohin geht's? Der Ronde Rupunkt ist bei 2 Uhr, 400 Meter vor uns. Das war knapp. Hier lang, Vorsicht beim Springen. Vorsicht, das ist ein unbekannter Nativa. Der gehört hier. Achtung, noch mehr! Gut, los jetzt. Ist das in Ordnung? Mein Körpergerüst. Nimm das. Das wird dich heilen. Danke dir. Da sind noch mehr. Danke dir. Hey, fiel an! Verschwinden wir von her, bevor noch mehr kommt. Da ist er! Das ist der Treffpunkt. Hier lang! Vorsicht, vergatt das Beschuss! Mit anhalten! Weiter! Das war knapp. Sieht gar nicht gut aus. Los, komm! Ist das... ein Alpha-Nateba? Mach dich bereit! Oh, mein Gott. Nein! Nein! Der Rest der Einheit. Es gibt nur noch uns. Eve. Eve, jetzt reiß dich zusammen. Taki. Hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Eve, bist du bereit? Gib mir genau zu. Hör mir überhaupt keine Ahnung... cookür es vibe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war kein Alpha. Aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Wir müssen das Versorgungslager finden. Warte, Eve. Ich höre etwas. Eve! Eve! Bist du verletzt? Ein Alpha-Nediba. Hierher, Freutin. Du kriegst es mit mir zu tun. Nein! Nein! Eve! Verschwinde von hier! Ducky! 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 Ducky!